Moin Brickbegeisterte und Aviation Fans, heute geht es um ein Modell von der Firma Kobi aus der Vietnam Serie. Soll es heute um den Hubschrauber gehen, den Yui. Dann haben wir den Karton. So sieht das gute Stück aus. Das ist die Nummer 2232, 405 Teile. Zwei Minifiguren sind enthalten in dem Ganzen. Wir haben wieder einen aus der Serie Pad Printed und No Stickers. Das heißt, wir haben alles nur bedruckte Teile, keine Stickers entsprechend. Wir können auf der Rückseite einmal uns anschauen, was so für tolle Sachen möglich sind. Wir können die Türen vorne öffnen, wir können die Seitentür nach hinten schieben. Ich weiß nicht, ob es für beide Seiten gilt oder für eine. Der Rotor dreht sich, der Heckrotor dreht sich. Ich denke mal, ist klar. Wir haben ein kleines Gatling Gun, was da mit drin ist, entsprechend. Dann haben wir hier noch ein paar Eckdaten zu dem ganzen Stück halt. An der Seite haben wir dann nochmal ein Bild von der Minifiguren und von der Gatling Gun. Auf der anderen Seite auch nochmal die Minifigur im Maßstab 1 zu 1, sowie die Größenangaben des fertigen Sets. Wenn ich nicht richtig entsinne, ist es in der Breite nachher 44 cm inklusive des Rotors. Hoch, glaube ich waren es 8 cm und breit 8 cm hoch, 13 cm das ganze Stück nachher. Auf der Oberseite nichts Spannendes im Endeffekt. So rum. Und unten haben wir halt, naja, alle rechtliche Sachen, das Übliche. Dann wollen wir das Set mal öffnen und mal reinschauen, was uns da so erwartet. Ohne Messer? Ich vermute nicht. Alle Sicherheitsbeauftragten weggucken. Da ist Kobi ja doch immer ein bisschen, wie ich finde, zu stabil. Das ist ja schlimm. Das ist ja schon Öffnungsverhinderung. So, Vorsicht, wird laut. Ja, der Inhalt ist überschraubar. Bleibt sich stehen. Wir haben, denke ich mal, zwei Bauabschnitte. Wobei, naja, auf dem einen steht zwei, auf dem anderen steht nichts. Aber wir gehen mal davon aus, dass das zwei Bauabschnitte sind. Und wir haben halt eine schöne Anleitung. Kobi üblich von der Größe her. So, DIN A4 Querformat ungefähr. Klammer geheftet das Ganze. Druckqualität. Ja, gut bei Kobi wie eigentlich immer. Nur ganz Menge Bauschritte hier pro Seite. Das sieht ganz gut aus. Ja, die Bauschritte, die fertig sind, sind wie immer ausgegraut. Die anderen in der normalen Farbton gehalten. Nichts Ungewöhnliches. So kennen wir das von Kobi. Wobei, ich hatte jetzt ein Kobi-Set bis jetzt. Also von daher hält sich es in Grenzen. Aber aus den Reviews kennt man das. So, hinten haben wir eine Teileliste. Wir haben insgesamt 119 Bauschritte. Und haben an der Seitenanzahl 118, 119. Ne. Wie viele Seiten wir haben, steht hier nicht drauf. Ne, eine Seitenanzahl gibt es nicht. Nein, nur Bauschritte. Ja, dann haben wir nochmal den Hinweis hier wie üblich bei Kobi mit den einzelnen unterschiedlichen Slopes, die es gibt halt hier. Damit man dann aufpasst, dass man die richtigen erwischt. Ja, so viel zur Verpackung und zur Anleitung. Ich werde das Ganze jetzt mal auf meine Tellerchen verteilen. Dann schauen wir uns das nochmal kurz an und dann geht es nachher in die Bauhansicht. Im ersten Bauabschnitt habe ich insgesamt neun Tüten gehabt. Ja, nichts Ungewöhnliches im Endeffekt. Komisch finde ich nur, die Tüten sind manchmal aus diesem harten Kunststoff, manchmal aus diesem weichen. Okay, warum auch immer. Wahrscheinlich verschiedene Fabriken oder Produktionsstraßen. Als Besonderes haben wir halt die bedruckten Fliesen, nein, die bedruckten Plates. Zwei Stück, die direkt vormontiert sind, die halt auf beiden Seiten bedruckt sind. Ich weiß nicht, kann man schlecht erkennen wahrscheinlich. Das ist halt ein schwarzer Druck auf einer grünen Plate. Vielleicht klappt es ja. Da steht halt United States Army drauf. Das ist der Druck, den sollte man natürlich jetzt auch so nicht auseinander nehmen. Das war in so einer kleinen Extratüte. Das ist das Schöne an diesen Pad Printed No Stickers. Ich finde es klasse und ja, entsprechend werde ich mich jetzt ans Bauen machen. Wird die Kamera entsprechend anders positionieren, dass ihr ein bisschen ein bisschen gucken könnt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen in der Bauansicht. Ich fange dann mal langsam an mit dem ersten Bauabschnitt hier das Ganze zusammenzubasteln. Schauen wir mal, was Kobi sich da für uns so ausgedacht hat. Ja, die Qualität der Steine ist wie immer bei Kobi sehr gut. Und ja, sobald ich denn ein bisschen was Sinnvolles erreicht habe hier oder was Besonderes, werde ich mich dann gleich wieder melden. Bis dahin schon mal. Der erste und der zweite Bauschritt gleich fertig. Wahnsinn. Ich bin ja quasi fertig. Kann ja aufhören. Bis gleich. Angekommen am Bauabschnitt Nummer 6 und hier ist immer wieder ein sehr schöner und wichtiger Hinweis bei Kobi, nämlich diese kleine Tabelle mit den Spezialteilen, die Kobi hat. Also mit den entsprechend unterschiedlichen Slopes oder Curved Slopes auch, die teilweise unterschiedlich dick sind, dass man da drauf achtet. Hier sind jetzt nur acht, auf die sie hinweisen. Acht verschiedene, wobei bei uns sind es dann noch zwei entsprechende kleine Stangen, auf die sie hinweisen. Aber im Bauschritt 6 hat man das denn schon, dass man halt hier vorne verbaut man einmal einen vom Typ B. Das ist ein Curved Slope mit etwas mehr Abstand und hier hinten ein normaler Curved Slope in einer Zweidrittelhöhe und das ist glaube ich normale Bauhöhe. Dadurch erreicht Kobi halt immer so ein bisschen so abgerundete Formen halt entsprechend, dass sie halt unterschiedliche Bauhöhen haben. Das heißt, hier ist nochmal das Plate drunter und letzten Endes sind dadurch die beiden Bauteile zwar gleich hoch hier, aber hier ist eine Plate und wir erreichen natürlich eine andere Krümmung. Ja, ich mach mich mal weiter ans Berg und bastel mal weiter schönen kleinen grünen Hubschrauber zusammen. Fertig mit Bauschritt 11 bin ich jetzt. Ne 12, ne 11, ne 12, ne 11. Naja, egal. Ich bin gerade bei 11 und 12 schon angefangen und hab mir gedacht, ich kann dir mal wieder was sagen. Und jetzt baue ich noch hier in die C-Klemms so eine Art Seil, wenn der soll das wohl darstellen. Kann man aber, doch kann man drehen. Vorne haben wir zwei Sitze eingebaut, die leider der Kobi, ja, nachgesagten Klemmkreis etwas widersprechen. Sie halten so mittel gut. Aber gut, macht nichts für so ein paar Sitze. Ansonsten haben wir hier so ein Spezialteil eingebaut. Das gibt es meines Wissen auch nur von Kobi. Das ist so ein, so ein, ja, wie nennt man das? Eine Jumper Plate in etwa. Also mittig sitzt hier so eine Aufnahme, wo man dann irgendwas flach reinstecken kann. Keine Ahnung, was dann hereinkommt. Ich lasse mich mal überraschen. Ansonsten habe ich jetzt schon angefangen, darauf zu achten, dass ich die Gussnasen nach innen packe. Hier so von den einzelnen Plates. Beim Anfang habe ich es noch nicht gemacht, aber jetzt zum Rest werde ich da mal ein bisschen auf achten. Also wenn man darauf achten möchte, die Gussnasen sind wirklich nicht groß. Also das ist schon okay. Aber bei einem grünen oder beim dunkelgrünen Hubschrauber fällt das natürlich aus. So eine etwas helleren Gussnasen. Aber ich denke, hier kommt noch ein bisschen was hin. Also von da ist es nicht ganz so schlimm. Ja, noch ein paar Slops verbaut. Baurichtungsumkehr. So ansonsten die Qualität super. Lässt sich sehr schön bauen. Kobi halt. Macht Spaß. Freue mich. Bauabschritt 13 und ich komme gleich mal wieder zurück. Und zwar fand ich sehr interessant, die kleine Gatling, die wir hier bauen, wird tatsächlich aus zwei Teilen zusammengesetzt. Das heißt, vorne von den Rohren, das ist nicht kobe-like hier. Vorne von dem Rohren, die Mehrzahl ist die eine Hälfte ein separates Bauteil. Nett finde ich, dass jetzt hier die Jumperplate, die einmal zwei hier reingesteckt wird, die so quasi das Magazin wahrscheinlich darstellt. Und der Roboterarm, mit dem man das Ganze dann hier unten raufbaut. Man kann es jetzt hoch und runter bewegen. Drehen seitlich geht leider nicht. Aber macht ja nichts. Ist schön angedeutet, finde ich. Ist nett geworden. Sieht echt cool aus. Hier vorne haben wir auch noch mal so eine spezielle Baustein, den es so meines Wissens von den Kollegen aus Bildung nicht gibt. Nennen, ja, 2x2 Slope mit erhöhten 2 Drittel. Ne, also normale Bauhöhe, glaube ich, ist das. Aber 2 Drittel angesetzt, also schon sehr, sehr speziell. Gut, ich bastel mal weiter. Bauschritt 31 habe ich jetzt abgeschlossen. Wir haben die Nase gebaut des Huey. Und das ist hier eine wahre Wonne an Sonderteilen von Kobi, die es hier gibt. Geht los bei einer 3x3 Plate. Gibt es, glaube ich, von Lego nicht. Das wüsste ich jetzt zumindest nicht. Wir haben dennoch hier an der Ecke ein Slope, Curved Slope Viertel beidseitig. Also quasi das, was wir von Lego zwar als Ganze kennen, aber gibt es das als Viertel? Ich glaube nicht. Dann haben wir, oh, den habe ich jetzt schon überbaut. Ein 2 Drittel hohen Brick mit 90 Grad Baurichtungsumkehr. Wir haben wunderschöne transparente Teile hier auch mit entsprechend beidseitig gecurved und so weiter. Wunderschön bedruckten Slope hier, also Curved Slope sogar. Und der Druck ist absolut anwandfrei. Sieht sehr, sehr gut aus. Und man kann es sehen. Das Ganze kommt jetzt vorne ran. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier richtig mache. Laut der Anleitung soll das so angebaut werden. Das sieht gut aus. So weit sind wir jetzt. Der Huey nimmt langsam vom Gestalt an. Man kann es sich so ein bisschen vorstellen. Türen noch. Hier kommt noch die Cockpit-Kanzel nachher hin. Hinteren Bereich, hinteren Türen und dann der Ausleger zum Heckrotor. Sieht schon schick aus. Ich sehe gerade, als nächstes kommt der Ausleger nach hinten. Ja, ich mache mich weiter ans Werk. Bis gleich. Oh, Schritt 43 habe ich gerade fertiggestellt und nochmal wieder ein paar schöne Worte zu den Curvy-Steinen. Man muss hier immer schön aufpassen bei Curvy. Wie gesagt, wir hatten ja schon unterschiedliche Slopes mit unterschiedlichen Längen, unterschiedlichen Winkeln. Wir haben hier eine 7x2er Plate verbaut. Da muss man aufpassen, weil ich hatte erst die Achtern hatte. Da habe ich schon gewundert, irgendwie passt das nicht. Baurichtungsumkehr in alle Richtungen. Also nach 90 Grad, 180 Grad. Naja, hier haben wir jetzt auch die zusammengesteckten Plates verbaut, die entsprechend bedruckt sind, habe ich jetzt hier mit verbaut. Das wird also der Heckausleger. Sieht schon schick aus. Der kommt gleich irgendwie hinten ran. Und ich wollte wie gesagt nochmal sagen, achso, und auch ganz schön hier diese Inverted Tile, die sie haben. Extra slim nenne ich das mal. Die ist wirklich sehr dünn und macht hier natürlich einen super Job. Das Ganze sieht echt schick aus. Weiter geht's. Bauabschritt 57 und jetzt bin ich endgültig Cobi-Entjungfett. Ich habe die Baurichtungsumkehr Einzelnoppen gesetzt mit dem schönen Applikator hier oder auch Bügelpan, wie der Thorsten sie nennt. Die hatte ich bisher noch nicht. Wie gesagt, ich hatte ein Cobi-Set bisher. Ich habe jetzt hier noch ein paar mehr stehen, aber bisher hatte ich eins. Das war eine C-17 Sky-Train, heißt die, aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier dieser Rosinenbomber. Ne, Rosinenbomber. War das Rosinenbomber? Naja, die, die damals die Luftbrücke nach Berlin mitgeflogen haben. Egal. Da waren solche Dinge noch nicht verbaut. Ja, sieht schon cool aus. Wie gesagt, ich bin jetzt hier dabei, den Ausleger weiterzubauen. Wenn ein gutes Stückchen vorangekommen habe. Hier wirklich diverseste Slopes und Curved Bricks oder wie man die nennen will hier oder Brick Modifieds. Ja, Curved Slopes, normale Slopes, 2 Drittel Slopes, 1 Drittel Slopes. Also die wildesten Winkel hier verbaut. Das ist wirklich Cobi. Das ist echt krass, was die so alles im Sortiment haben an verschiedenen Winkeln und dadurch natürlich sehr, sehr schöne Winkel darstellen können und Formen darstellen können. Gut, ich werde mal weiterbauen. Dann ist der Ausleger hinten für den Reckrotor auch gleich fertig. Und dann melde ich mich wieder. Bauabschnitt 69 ist fertig. Und ich habe den Heckausleger fertig gebaut. Ja, fast fertig hierhin. Kommt ja noch ein bisschen was. Sieht schon geil aus. Macht schon echt was her. Und als ich den Bauabschnitt fertig hatte, hatte ich natürlich ein, einmal zwei Curved Slope, Marke Cobi, spezial über. Ja, und habe dann festgestellt, dass ich mich hier vorne, das ist nämlich der hier, hier vorne bei der Schnauze verbaut habe. Oder hatte. Also nochmal, Schnauze ist nochmal zerlegen. Wieder richtig zusammenhauen. Jetzt sieht sie auch noch ein dickchen besser aus als eben. Sehr schön gemacht. Finde ich auch hier diese Transparenten, diese Trans-Blue-Steine, die ja quasi andeuten, dass die Kanzeln hier nach unten drunter Scheiben haben, sodass man da raussehen kann. Sehr schön. Achso, die Heckfenster hier habe ich auch nochmal. Die sind auch bedruckt. Das sind also auch Trans-Blue-Steine, die halt hier grün bedruckt sind. Auf den beiden Seiten sind auch ein ganz bisschen zerkratzt, wenn man drauf achtet. Aber das ist okay, finde ich. Ist kein Problem. Und ich hatte noch einen kleinen Baufehler drin, aber das war nur ein farblicher. Diese Jumperplate hier in Dark Lush Grey oder also in diesem Dunkelgrau hatte ich hier eine grüne reingebaut und die fielte mir dann nachher hier hin. Aber das war ja relativ leicht zu beheben. Also trotz dessen immer aufpassen, auch wenn die Anleitung wirklich gut ist. Aber man muss echt ein bisschen hingucken, dass man da keinen Blödsinn macht. Ja, ich würde mal vom zweiten Bauabschnitt die Teile auf die Teller verteilen und dann geht es dahin, den Jui fertig zu machen. Zweiter Bauabschnitt und ich bin jetzt bei Baustep 77. Ich habe die Türen gebaut, die seitlichen. Also die für den hinteren Transportraum, wo halt die entsprechenden GIs reinkommen. Auf der einen Seite habe ich die Tür jetzt schon eingesetzt. Man kann die entsprechend nach hinten schieben. Das ist eine sehr interessante Technik. Ich kenne die so nicht mit diesen Spezial-Brick-Modified hier, die wir hier drin haben. Die werden einmal hier unten, kommen die halt zwischen die Noppen und hier auf der Oberseite, kommen die dann einmal in die eine, ja, da wo die Noppen normalerweise reinkommen von der Plate. Das Ganze kommt jetzt hier so rein. So, mal gucken wir mal. Hat gut geklappt. Zack, zusammendrücken, fertig. Man kann das Ganze jetzt hier schön schieben. Das Ganze ist hier sogar auf eine Hinge gesetzt, die hintere Teil der Tür. Man kann die ein bisschen anwinkeln. Ich weiß nicht, ob das beim echten Jui auch so ist, aber sie rastet dann sogar so ein bisschen ein hier. Durch ein bisschen hochheben kann man das wunderbar wieder zumachen. So zeige ich es vielleicht nochmal, dann sieht man es besser. Jetzt so, zack, eingerastet. Jetzt ist die Tür einigermaßen stabil. Also sie geht nicht einfach auf. Jetzt müssen wir den Hinge hier ganz ein Stückchen hochklappen. Zack, und dann kann man es aufmachen. Auf der anderen Seite geht das natürlich genauso. Da, wo das Gatling ist, also man kann das Gatling ein bisschen nach innen klappen. Zack, Tür zu und Tür auf. Absolut tolle Technik. Gefällt mir sehr gut. Super gelöst. So, Gatling mal wieder rausklappen hier. So, jetzt haben wir das Gatling auch wieder rausgebaut. Sieht cool aus. Ja, ich mache mich ja nächsten Baustab und wir sehen uns gleich. Kurze Zwischeninfo, ich bin jetzt bei Bauschritt 88 angekommen. Und ich baue jetzt ja oben die Turbinensektion, die oben über dem Hubschrauber quasi sitzt. Und auch hier wieder sehr schön bedruckte Teile. Das ist eine Fünfer-Fliese, die an den Enden angerundet ist. Also sowas habe ich sonst noch nicht gesehen. Und schön bedruckt ist sie auch. Ja, sieht gut aus, finde ich. Hinten dran, so als Turbinenausgang, haben wir hier so ein Rad im Endeffekt gesetzt. Fünfer, schöne Fliesen haben wir drauf hier. Ich glaube, sind das Fünfer? Ne, sind es Sechser. Ja, sieht sehr nett aus. Wir, oder ich, nähe mich jetzt langsam in dem Ende. Es ist nicht mehr so rasend viele Baustritte. Die Teile haben sich schon arg ausgedünnt. Ja, Figürchen machen wir nachher nochmal. Was ich eben nicht erwähnt hatte, auch natürlich wunderschöne Prints hier auf den Türen. Auf den großen, das sind 3x3 Fliesen. Wunderschön bedruckt. Sieht echt gut aus. Boah, macht was her. Bauschritt 97 und wir haben, ja, die Kanzel quasi geschlossen vorne. Die Scheibe ist eingesetzt. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie sieht denn die so aus von der Qualität. Boah, sie ist auf jeden Fall bedruckt, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Ist so ein Transblue. Und, ja, sie waren in den großen Tüten mit drin. Ja, ich würde sagen, ist okay die Qualität. Das ist jetzt nicht super duper, aber ist gut. Also, das Ganze macht auch hier was. Hier oben sind so ein paar Transgreen Steine entsprechend verbaut. Die dann halt wahrscheinlich das darstellen soll, dass man ja theoretisch bei diesem Hubschrauber nach oben rausgucken kann hier. Ja, Türen hatte ich ja schon erwähnt, die man so schön aufmachen kann hier. Beide, zack, zack, hineinhaken. Geht wunderbar. Und jetzt kriegen wir auch wieder das Gatling hier raus. Haha. Feuer frei, kann ich nur sagen. Jo. Ich mache mal weiter. Es fehlt jetzt nicht mehr viel. Ich baue noch die beiden Türen jetzt. Dann kommt noch Rotor, Heckrotor. Und dann sollte es ja auch schon gewesen sein. Achso, die Kufen natürlich noch. Die Landekufen. Jo. Mit Bauschritt 119 habe ich dann auch den zweiten Bauabschnitt fertiggestellt und damit den Huey endgültig fertiggestellt. Jo. Hübsch ist er geworden. Mir gefällt er sehr gut. Stabil natürlich. Kobi. Technisch kennen wir alle. Haha. Sehr robust das Ganze. Wie gesagt. Die Türen hatte ich schon erwähnt. Wir haben jetzt noch die vorderen Türen hier gebaut. Auch sehr interessante Technik. Mit den Trans-Blue-Steinen hier entsprechend. Und die Halterung für die Türen ist auch sehr speziell. Kannte ich so auch noch nicht. Ist eine Plate in 2x4. Die dann hier am Ende so eine Spezialbefestigung hat, auf der man die hier so rauf steckt. Kannte ich vorher so auch nicht. Ist mir vorher noch nicht untergekommen. Auch hier verwendet eine Spezialfliese 1x3. Inverted. Also falsch rum. Diese dünnen. Kann man das erkennen. Aber nur der Stabilität wählen. Und natürlich die Außenseiten wunderbar bedruckt. Die beiden Teile hier. Das ist einmal eine Wedge Plate und eine normale Plate. Die waren zusammen immer in der Tüte für die jeweiligen Seiten, weil die wahrscheinlich zusammen bedruckt wurden. Damit das dann auch schön übereinstimmt. Was es ja auch tut, wie man sieht. Dieser grüne Strich dort sitzt sehr, sehr sauber, sehr ordentlich. Ja, was soll ich sagen. Es war schönes Bauen. Es hat Spaß gemacht. Es ist ein schönes Modell. Und es ist ein Modell zum Spielen. Ja, wobei, vielleicht ein bisschen zum Spielen geeinigt hat. Achso, natürlich die beiden Kollegen noch, die dabei sind. Einmal der Pilot auf der einen Seite und natürlich der GI hier mit seiner M16. Ich glaube, M16 ist das, ne? Als Gewehr dabei. Der hat dann hier noch für die andere Seite, wenn er möchte, ein kleines Fernglas. Können wir eben hier noch verpassen. War noch mit dabei. Ansonsten, die Teile, die über sind, sind im Endeffekt minimal. Das sind drei von diesen Noppen zum Einsetzen mit dem Applikator oder auch Bügelperlen genannt. Mehr habe ich nicht über. Ja, also das ist mal wirklich perfekt. Also keine Reserveteile, gar nichts. Ja, wie gesagt, Figuren habe ich erwähnt. Netten Print haben sie beide. Siehen ganz okay aus. Die Gesichter von dem GI ein bisschen grimmig. Der Pilot freut sich. Naja, sieht ganz okay aus. Ja, mit dem Aufbau bin ich dann an dieser Stelle erstmal durch. Es wird natürlich auch noch wieder ein kleines Review-Video geben. Sobald das fertig ist, wird es verlinkt. Ansonsten bin ich natürlich immer dankbar, wenn ihr den Kanal abonniert oder ein Like da lasst. Oder natürlich auch einen Kommentar. Und Fragen. Für alles bin ich dankbar. Bis dahin. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020